hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge assassin's great odyssey so ich habe da die mission markiert finde und stiehl den staatsschatz der athena und ich habe schon mal markiert und das ist ein wahnsinn das ist echt ein wahnsinn und noch dazu habe ich da den kopfgeldjäger drinnen xynos da könnte er aufs ding schauen was der für eine schwäche hat wo ist der nein es ist auch nicht wo ist das vater söldne moment ist ja ganz anders im bau oder moment das ist der kopfgeld das ist kopfgeldstifter was ist ein kopfgeldstifter der setzt der kopfgeld aus oder was wurscht tötet es uns alle gut wir werden uns da jetzt ganz oh oh da kommt einer rauf aha na dann warten wir ja das ist natürlich super komm her zu mir ja ja ich ich pfeife da komm her schnucki na komm her und weg bist so was 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 wo Wurscht. Scheiße. Scheiße, jetzt sind sie da aufgeruert. Ja, ja. Äh... Oh! Schon weit gekupft, hm? Moment, ich brauche einen Standortwechsel. Wo geht denn am besten hin? So, da oben sind sie natürlich. Und schauen jetzt steppert. Noch nicht. Arbeit ist da unten doll. Verstanden. Aber statt dass das Gift nicht weiter wirkt, dass der dann grepiert. Dann habe ich zwei Pfeil reingekommen, hat nur mehr ein kleines Zapferl. Stirbt aber nicht. Ja. Scheiße, der hat mir jetzt gesehen. Ja. 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 Ich habe keinen noch gesehen. Was ist das? Ich hab da einen einen Früher drauf gefroren. Das ist für den Scheiß. Wo ist meine Hacke? Oh ja! Geil, den will ich noch... Super, jetzt kommen wir den nächsten! Ah! Toll! Ah, der... der tut sich wieder... Berlin! Ja! Ah! Oh, oh! Ja! Das ist halt doch bereit zum Kämpfen! Ja! 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 So, jetzt gehen wir wieder von der Seite hinein! Komm her! Dann ist klar weg wieder! Ja! Schaut das an! Schaut das an wo ich bin! Geh in Deckung! So, komm raus! Und hol da dir auf den Häschen! Ja! 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 Was ist das? 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 Hey. Ich habe ihn noch nicht alle, da habe ich ihn noch. Jetzt habe ich alle. So, ich habe ihn noch nicht alle. So, ich habe ihn noch nicht alle. So, ich habe ihn noch nicht alle. Zwei schützen. Ah, da rum. Und hier. Gut. Gut. Was noch zwei, das war der dritte Schatz. Zuerst. Bis du nach bist. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, ich habe es gesehen. Oh ja, das war die EPs. Zum Schmied könnte ich gehen, genau da rätten wir sie. Oh, Kopfgeld entfernt. Werde den Kopfgeldgeber getötetet oder was? Was ist im Raum? Ja, ich weiß auch was zu finden. Ich habe einen Schmied, den Kopfgeldgeber getötet. Was brauchst du? Ja, wir werden so mal... ...verpassen. Ja, wir werden so mal... ...verpassen. Was brauchst du? Wir werden so mal... ...verpassen... ...verpassen. Ja, wir werden... ...verpassen, das ist schon mal. Ja, wir werden so... ...durfen, das nearest... ...deine Elbe. ...deine Elbe. Denig auf den anderen Parteien... Du bist so leid... ...deine Elbe. Vink, ich weiß nicht... ...durfen. Ich werde das machen, weil ich wieder mein Haubel habe. Der Helm schaut ja sowas von beschissen aus. Ich werde das machen, weil ich wiederum appareien, weil ich ein Haubel habe. Ich werde das nicht hier, weil ich jetzt hier bin. Ich werde das nicht hier. Ich werde das nicht hier. Ich werde das nicht hier. Untertitelung. BR 2018 Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, meine Mütze wieder, genau. Wo sind wir da? Boah, ich hatte Schäßes. Ich habe den Dosen. Oh, hier ist es. 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 So kann ich es nicht verbessern? Was fehlt mir denn? Habe ich ja alles, oder? Ah, nein. 3, da brauche ich 7, Scheiße. Na super, jetzt habe ich das ganze Zeug bei der Wurfmasse gerade. Ja, da weiß ich noch nicht, was ich nehme. Jetzt habe ich wieder meinen Pogel. Was haben wir da? Ja. Die sind besser. Der Brustpanzer zieht mir. Da kann ich eh eine Tese noch nehmen. Schaut noch gescheiter aus. Wo ist der? Okay. Und da haben wir ein geheimnisvoller Brief. Okay. Da haben wir wieder ein bisschen was gefunden. Gut. Okay. Das war es wieder. Wie es weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dad. Ich bin raus. Abwarten. Abwarten.